Wir machen einen kleinen Strandspaziergang. Wenn ihr Lust habt, seid ihr mit dabei. Alles weitere nach dem Intro. So, dann geht's los. Ja, Hotel ist reichlich voll hier. Das seht ihr ja, aber Liegen sind immer noch genug vorhanden. Wasser ist auch noch warm. Es wird reichlich geplatscht. So, wir gehen vom Paloma Oceana jetzt rechts rüber in Richtung Everett Siki. Temperatur heute etwa 25 Grad bis jetzt. Und die Uhrzeit ist 11.40 Uhr. Also sehr angenehmes Retter. Also sehr angenehmes Retter. Es ist auch nicht allzu windig heute, hier neben den Paloma Oceana ist ja noch ein Strandabschnitt für ein Hotel entstanden. Mal sehen, ob sich dann der Bereich irgendwann mal schließt und ihr seht, es ist also der Strandbereich für Streamwaterworld. Das Strandvideo habe ich abgebrochen, das war mir einfach zu voll dort und man will ja den Leuten auch nicht so auf den Senkel gehen, aber es ist wie immer im Leben, es finden sich Alternativen. Untertitelung des ZDF, 2020